Hallo. Die häufigste Frage, die mir in letzter Zeit gestellt wurde, ist, wie man Masse für einen Ektomorfen aufbaut, naja, für manche ist das wirklich ein sehr relevantes Thema, aber dazu später mehr. Zuerst möchte ich über meinen wöchentlichen Ernährungsplan für 2500 Kilokalorien sprechen. Ich werde sofort feststellen, dass dies für mich ein Kaloriendefizit ist, ich bin 51 Jahre alt, 167 Zentimeter groß, der Fettanteil ist sehr niedrig, 7, 8 oder vielleicht weniger Prozente, mein Gewicht beträgt jetzt 71 Kilogramm und 8 Jahre lang habe ich absolut keine hormonelle Pharmakologie verwendet. Dieses Foto wurde erst Ende letzter Woche bei 2500 Kilokalorien aufgenommen. Und so, der tägliche Gesamtkaloriengehalt beträgt 2500 Kilokalorien, 50% Kohlenhydrate, 30% Eiweiß, 20% Fett. All dies wurde auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt, die erste morgens, anderthalb Stunden nach dem Aufwachen, die zweite am späten Abend, anderthalb Stunden vor dem Einschlafen. Alle Nahrungs- und Nährwerte sind nach Herstellerangaben für die aufgeführten Produkte genau berechnet. Ich stelle auch fest, dass ich am Sonntag einen unbegrenzten Schumeltag hatte, und die Wochen zuvor auf einem täglichen Kaloriengehalt von 2400 Kilokalorien standen, und davor sowohl 2300 als auch 2200, aber diese Woche, bei 2500 Kilokalorien gab es schon weniger Hunger als früher, aber ich hatte nur manchmal Hunger. Ich behalte meine Kraftindikatoren bei, darunter Ausfallschritte mit einer Langhantel auf dem Rücken mit einem Knie auf dem Boden mit einem Gewicht von 90 Kilogramm und wie immer dem klassischen Kreuzheben von 170 Kilogramm in 6 Wiederholungen. Ich trinke 5 Liter reines Wasser am Tag, manchmal sogar bis zu 6, ich habe diese Woche kein Kreatin verwendet, ich verwende kein Salz und keine gesalzenen Lebensmittel. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Ernährung und Training habt, schreibt sie in die Kommentare, ich werde sie auf jeden Fall in den nächsten Videos beantworten. Auch wenn sie ihr eigenes Ernährungsprotokoll in Gramm und die Berechnung von Makronährstoffen benötigen, einschließlich solcher für bestimmte Hersteller, oder Trainingsprogramme oder Personaltraining im Fitnessstudio, schreiben sie an das soziale Netzwerk. Übrigens lade ich alle zum Online-Management ein, mein Ziel ist die ewige Jugend ohne Pharmakologie, immer eine ideale Körperqualität und mäßig vernünftige Kraft kennzahlen. Und jetzt ist die Antwort auf die Frage, wie man Masse für einen Ektomorph gewinnt. Hier ist alles sehr, sehr einfach, um den Kaloriengehalt der Diät zu erhöhen, und ich werde darauf achten, nicht auf die Anzahl der Mahlzeiten, sondern auf den Kaloriengehalt. Nun, wie viele Mahlzeiten es sein werden, spielt keine Rolle. Meiner Erfahrung nach scheint es mageren Menschen, dass sie viel essen. Wenn wir ihre Ernährung in Gramm analysieren, stellt sich heraus, dass der tägliche Kaloriengehalt nur 2000, 2500, manchmal 3000 Kilokalorien beträgt, was für eine Gewichtszunahme extrem wenig ist. Die meisten, die keine Masse aufbauen können, haben einen schwachen Magendarmtrakt und sie haben eine eher schlechte Produktion von Enzymen für den Abbau von Makronährstoffen. Wenn dies der Fall ist, dann werden sie in keiner Weise an Masse zunehmen, insbesondere wenn sie auch ein genetisch dünnes Skelett haben. Leider ist die Genetik, wie üblich, entscheidend. Auch eine Hyperaktivität der Schilddrüse kann die Gewichtszunahme beeinträchtigen, aber das ist eine Frage für Ärzte. Wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist, dann gibt es nur einen Rat an alle Ektomorphen, den Kaloriengehalt schrittweise zu erhöhen, zum Beispiel alle zwei bis drei Wochen um 100 Kilokalorien, damit sich der Körper anpasst und die Produktion von Enzymen erhöht. Wenn es immer noch schwierig ist, große Portionen zu essen, können sie schnelle Kohlenhydrate hinzufügen, so etwas wie Geiner, sie sind schnell verdaulich und leicht zu trinken. Ein Cocktail ist nicht genug, trinken sie 2,3,4, natürlich ist es wünschenswert, dass alle ihren täglichen Kalorien und die Verteilung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten berücksichtigen werden. Sie müssen verstehen, dass Masse nicht während des Trainings gewonnen wird, sondern während der Nahrungsaufnahme, daher ist es für mich extrem lustig, wenn ein dünner Typ erklärt, ich war zwei Monate lang nicht im Fitnessstudio, und ich habe abgenommen. Ja, du hast für mich abgenommen, weil du nicht ins Fitnessstudio begangen bist, sondern weil du nicht nur nicht trainiert, sondern auch schlecht gegessen hast, deshalb hast du abgenommen. Lassen Sie mich zum Beispiel Ihre Aufmerksamkeit lenken, 300 Gramm Nudeln haben einen Kaloriengehalt von ungefähr 1000 Kilokalorien und können nach dem Kochen bereits fast ein ganzes Kilogramm Lebensmittel ausmachen. Wie viel isst du? Darüber hinaus muss eine solche Menge an Nahrung vielmals am Tag konsumiert werden, 2,3,4 oder mehr. Darüber hinaus müssen Sie sich natürlich jeden Tag so ernähren, wenn Sie Ihr gewünschtes Ziel erreichen möchten, die Zunahme der Muskelmasse. Nun, das ist alles für heute, wenn die Informationen nützlich waren, abonnieren, liken, und wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie in die Kommentare. Wir sehen uns in neuen Videos. Bis zum nächsten Mal.